So, jetzt darf ich das nicht mehr abbrechen. Dann, was können wir noch, was soll ich herstellen? Ah, hier ist eine Strohsäule, will ich hier mal angucken, wie das aussieht. Oh, guck mal, das sieht ganz cool aus, also jetzt nicht hier, sondern allgemein. Oh Gott, danke. Ach so, das kann man auch auf und zu machen. So, sogar in beide Richtungen. Das ist ja witzig. Hier müssten wir aber gleich so eine kleine Treppe hinmachen. Ja, wollte ich machen. Ja, mache ich gleich. Warte, Stroh, Treppe, da ist die. Ich habe jetzt aber auch keine... Ich ziehe mir zu, ich muss jetzt erstmal wieder... So, muss man abbauen gehen. Ne, warte, ich habe Sachen, warte. Äh, wie viel denn? Ja, Stroh habe ich, warte, hier. Stroh... Weinreben, Faser... Ich habe auch Weinreben. Oder dickes Seil. Äh, dickes Seil habe ich nur eins. Aber ich habe gerade gedroppt. Weinreben. So, ich kann ja schon mal... Kannst du ja umplatzieren nachher, aber ich kann ja trotzdem schon mal herstellen. Äh, die ganzen Dinger hier... Achso, ne, ich gehe einfach farmen, würde ich sagen, ne? Jo. Hm, ja. Ich gehe erstmal farmen, weil wir haben eh nichts mehr. Ich habe hier alles geblockt. So, ich habe hier alles geblockt. Schiem, wo ich will also noch etwas knifle sein, wie ich muss. Oh, ich weiß, dass die anderen machen. Wo ist das, was wirаем? Jetzt bin ich sicher. Oh, ich bin ja immer wieder. ig, ich bin ja, ich bin ja. Jäbchen, ich bin ja. Oh, ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ja. Ich bin ne, ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja immer wieder. Ich bin ja. So, ich brauche eine auf eine Sensor. Das ist keine Axt. Das ist eine Spitzhacke. So, wo ist die scheiß Axt? Hä? Achso, ich habe eine bessere hergestellt. Nice. Man kann dann Böden übrigens, wenn man vom Stroh zu Holz zum Beispiel wechselt, man kann hier einfach aufwerfen. Also, wo muss die Häuser nicht gepackt werden, zum Glück. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt, was wollte ich jetzt noch machen? Ich könnte schon die Holztruhe, dicke Seil brauche ich jetzt einmal. So, Holztruhe. So, ich könnte schon die Holztruhe. So, ich könnte schon die Holztruhe aufwerten. Okay, was brauche ich denn für ein Holzfundament? Äh, Holz, 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 Holz. Hä? Strohboden. Strohfundament. Und wo ist Holzfundament? Ich verstehe nicht. Ah, wir brauchen ne Dings. Wir brauchen ne Werkbank. Haben wir noch gar nicht anscheinend. Oh, wunderschön. Gibt's überhaupt ein flaches Dach? Ja. 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 swimmer. Ja. Ja. Einstand kann nicht zerlegt werden aus dem Schwachsinn. Aber egal. So, das heißt, wir können uns jetzt noch eine... Ach, hier, Handwerkbank. Grobes Leder brauchen wir dafür. Lederseil, Halshautplatte. Okay. Dickes Seil, noch zwei Stück. Was machen wir uns jetzt noch? Oh, links in die Ecke habe ich schon mal wieder Dings hin gemacht. Da haben wir schon mal zwei Holzkisten. Premium-Hartholz. Uh. Voll Premium, die Scheiße. Ja. Ah, du kannst mit Shift-Links-Klick, kannst du einen Gegenstand genau in die Mitte, also kannst du mittig teilen. Das heißt, wenn du 300 Sachen hast und dann machst du Shift-Links-Klick, dann hast du jeweils 150. Das ist richtig nice. So. Oh, Knochen, Blasen, Baumstamm. Da oben das Fleisch schauen wir gleich weg. Ne, warte mal, das kann ich dir gleich geben. Guck mal, ob es im Boden hier mich hier neben mir. Nimm das mal. Ja. So, das brauche ich auch vielleicht noch. Und alles andere brauche ich hier nicht. Fleisch habe ich auch dahin gelegt, gebraten es, falls du Essen brauchst. Oh. J'sen, da oben noch. Holzgriff können wir noch nicht machen, jetzt brauche ich auch einen Holzgriff, jetzt brauche ich auch einen Holzgriff. Dann machen wir einfach Stein, wo ist denn hier die Munition nochmal gewesen? Ah ja hier Steinfall, hier ist auch ein Gap, die Abstände habe ich gebaut, das brauchen wir nachher für grobes Leder brauchen wir für die Bergbank glaube ich, das was ich als nächstes machen will sowieso, wo ist das nochmal, Feuerstein habe ich hier drin, ah ja hier Zweige habe ich gebraucht, genau, Feuersteinfall, okay, so, für die Bergbank. Dann brauchen wir grobes Leder, Lederseil und Harzholdplatten, Stein und Feuerstein, okay, das heißt grobes Leder kriegen wir ja nur von Viechern, also ich gehe jetzt jagen. Was willst du jetzt machen, ich baue ein Ackerland, was? Acker baue ich, Acker, okay. Naja, mach uns mal zwei Betten. Ja. Ja. Gut. Ja. 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 . Ja. Ja. 10 was man dazu braucht man für für holz wenn du eine platte eine holzplatte aber du musst erst eine hartholzplatte ne ich glaube nur normale hatte da geh einfach an die station du kannst auch suchen wenn du oft ab gehst und kannst du rechts oben bei den blueprints kannst zu suchen haben wir überhaupt schon andere tiere gesehen aus dem thema oder eine holzplatte acht und hartholzplatte auch und premium hat heute ein extra optional aber hart aber hartholz und dings habe ich schon in die kisten gelegt muss nur gucken ja da ist auf jeden fall was da hartholz holzplatte was hast du schon zehn holzplatten gemacht baumstamm mach uns erstmal betten michi weil ich muss dann auch nicht auswohnen eh bald ja ich hab doch diese matten gemacht ja ja meine ich doch ja weiß ich ja nicht was ja nichts gesagt ich dachte man sieht die ich bin doch nicht da ich hab doch gesagt ich geh jagen ich hab die schon vor zwei tagen gebaut hä wo waren die denn habe ich nicht dann habe ich die sind direkt vor dem lagerfeuer ach vor dem großen ja ach so ja gut da habe ich gar nicht mehr drauf gehört ist habe ich denn an ich habe fleisch okay ich bin schon gewundert ich bin schon ganz klar habe ich hier ist ich bin schon ganz klar habe ich hier wie immer noch mal k絶 Going ich kann hier die sache nicht upgraden warum denn ich was steht denn da dass ich nicht die richtigen materialien habe also braucht man doch hat premium hardholz und hardholz platten und das geht es nicht ich sehe bisher aber keine anderen tiere außer die schweiz tapir hat ich habe noch pfeile muss ich die noch irgendwie rein machen oder was okay man muss pfeile auf den bogen rein auf den bogen ziehen oha alter junge es geht ein kollege ist okay vom papier kriegt man haut nicht markieren auf der karte bisher nicht oder naja doch hier doch eigentlich schon scheiß viel greift mich an wäre nicht die karte offen ab das zählt nicht was sollen das das ist ein wildschwein jetzt macht sich kaputt scheiß fotzenknecht hat für mich einfach anhalten während sich karte zählt nicht ach so jetzt die markierung durchgemacht habe es gibt doch moral was macht denn das genau zu durchlesen das ist nichts für mich wie wärst du denn was ist das was ist das was ist das für ein kleines drecksvieh waldhund gebt ihr gleiche waldhund gebt ihr gleiche waldhund so dann fällig glaube ich noch einfühlen da komme ich erstmal zu dir wenn ich überhaupt was ist das für ein kleines drecksvieh waldhund was ist das für ein komischer stein irgendwie so anders aussieht als die anderen naja da hat sich komische löcher trennen naja zum wald das ist nicht am strand das ist ganz normal stein da die gibt es am am stand auch ok Scheiß Hippies, Alter. Haben hier nur fucking Feuer und ne Kiste, Alter. Nicht mal ein Haus gebaut, ey. So, warte mal. Ich bin hier schon Stufe 11. Hey, hast du das überhaupt schon gelernt, das mit dem Holz? Ja. Achso, naja, gut dann. Ah, wir haben schon Tierzucht, habe ich ja schon vorhin gesehen. Wir haben ja Schweinestamm, den noch stark, können wir schon machen. Cool, 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 cool. Oh, Leute, ich habe den jetzt ran gezogen. Das ist ja witzig. Holz? Man hat einfach Holz als Kopfkissen. Ja, wirst du nicht? Das ist ein Holzstamm. So, ja, mich nervt das irgendwie ein bisschen, dass ich, das macht keinen Sinn, dass ich das nicht upgraden konnte. Ja, aber jetzt kannst du uns upgraden, oder was? Nee. Hätte ich immer noch nicht. Hm, ich komme gleich vorbei, dann können wir mal gucken. Ah, toll. Ne, aber siehste, aber unser Leuchtfeuer ist anscheinend viel zu weit weg vom Haus, weil hier im Tutorial steht, warte, Leuchtfeuer, Stammterritory markieren. Wenn du ein großes Leuchtfeuer errichtest, wird ein bestimmtes Territorium markiert. Ein entfachtes Leuchtfeuer schützt freundliche Gebäude in seiner Umgebung vor dem Verfall. Das heißt, wir brauchen theoretisch kein, ähm, wie heißt das? Wir brauchen kein Lagerfeuer eigentlich, sondern nur das Leuchtfeuer. Aber das ist anscheinend viel zu weit weg von unserem Gebäude. Hm, ich würde es noch mehr sagen wollen, oder was machst du ja keinem? Ja, natürlich. Das ist die halt einfach scheiße aus. Ja, na, oder, oder wir lassen einfach das Dings, äh, brennen. Das habe ich das, das Dings. Das geht ja auch. Das Lagerfeuer drinnebrannt. Sonst, sonst verfällt das ja alles, wie gesagt. Ich hab das Leck of Building Materials. Unimed to Upgrade. Keine Ahnung. Ist egal, wie gesagt, ich bin eh gleich da. Ist am Verfallen. Ne, na, weil das Lagerfeuer nicht mehr an ist. Das Lagerfeuer ist noch an. Hä, was soll am Verfallen sein? Ja, die, die Dingens. Das Gebäude? Das kann nicht sein. Keine Schürze. Ich kann gleich mal gucken. Jetzt nicht mehr. Leuchtfeuerschutz aktiv. Ist nicht zu weit weg. Hä? Na, und warum ist das vorhin alles kaputt gegangen drinne? Ja, weil das Dach noch nicht stand. Ach so, ja, das kann sein. Ah ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Hä, warum steht da ein dickes Seil fehlt? Verstehe ich nicht. Egal, warte mal, ich probiere es mal gleich aufzuwerten. Warte mal, erstmal mache ich hier Leder. Ah, nee, stimmt, warte mal, nee. Das machst du jetzt nicht. Äh, hier. Gehe in die Station und mache Leder, weil man muss ja stehen bleiben dabei. Und ich probiere jetzt aufzuwerten. Leuchtfeuerschutz aktiv. Leuchtfeuerschutz aktiv. Das heißt, wenn ich hier... Viel sollte ich da machen von dem Leder. Alles. Alles. Dauert das so lange? Leuchtfeuerschutz aktiv. Leuchtfeuerschutz aktiv. Leuchtfeuerschutz. Eine gute 20. Naja, das ist ein bisschen easy, wo ist das Problem. So. Okay. Und jetzt probieren wir... Von mir aus, das hier aufzuwerten. Was für Gegenstände... Lecke würde ich natürlich... Okay, so. Was für Gegenstände brauche ich denn dafür? Für eine Holzwand. Ja, Michi. Für eine Holzwand. Wir haben doch gar... Warte mal kurz. Warte, 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 warte. Wir brauchen ein... Holzwand. Für eine Holzwand brauchen wir eine Bauwerkstatt. Wir haben doch noch gar keine Werkstatt. Verstehst du? Wir müssen erst eine Werkstatt herstellen. Und dann können wir die Holzwände machen. Hm. Hm. Interessant. Hä? Hauptsache, der hat hier... Ein scheiß Bett gemacht, Alter. Aber ich muss draußen schlafen, oder was? Ja? Voll der Wichser, ey. So. Nur der meiste schläft im Haus. Werk. So, Handwerkbank. Da brauchen wir fünf grobes Leder. Leder... Äh, fünf Lederseile brauchen wir auch, Michi. Können wir die schon herstellen? Ich verstehe. Lederseile? Das ist natürlich eine Frage. Darf sagst du eine Falschung? Für Lederseile... Oh mein Gott. Für Lederseile brauchen wir eine Webmaschine. Äh, eine Maschine. Und für eine Webmaschine brauchen wir... Okay, grobes Leder. Gib mir mal fünf grobes Leder. Ist noch in der Werkstatt. Hä? Wo? Also in der Gebäude... Ja, dann lass es da drüber. Äh, Holzplatten hast du schon alle auf... ...aufgebraucht, oder was? Ja. Nicht gut. In das Bett. Wenn du dich hoffentlichst, dann... ...wird deine Mosal wieder... ...wiedersteigst sie. Wenn ich was mache? Wenn du dich ins Bett legst. Achso. Wie, wir haben gar keine Holzplatten mehr? Einer haben wir noch, glaube ich. Naja, das ist Hardholzplatte. Ich brauche eine normale. Dann haben wir keine, ne. Ja, egal. Ich mach Holz sammeln. Kann man ja easy herstellen. Ja, klar. Mach mal. Achso, wenn man... ...wenn man was ins Lager legt. Zum Beispiel Lager vom Schreinertisch. Dann kann man die Gegenstände dann einfach dort herstellen. Ohne die halt... Naja. Irgendwie, meinst du, muss man nicht extra dann hin und her laufen? Naja, klar. Also, wenn ich das richtig verstehe. Ja, klar. Das heißt, man kann einfach die Sachen, die man im Lager, ähm... ...da braucht, machst man einfach da rein oder sowas. Ah, Hardholzkraft können wir schon herstellen? Ah, okay. Das ist nice. Ach, normalen Holzkraft auch? Nice. Nice, nice. Ah, nice. Echt nice. Nice. So. Warte mal, wie viel habe ich jetzt gebraucht? Äh, Webmaschine, ne? War das? Ja. Ach, 10 Holzplatten. Okay. Baumrinde. Haben wir noch Baumrinde? Irgendwo. Ey, was hast du mit dem ganzen Holz gemacht? Ich habe noch übelst viel gehabt. Welches? Na, was ist denn die Kisten lag, oder? Achso. Äh, das ist in diesem Holzding hier. Hardholz? Im Lager... Nee, normales Holzbaumrinde halt. Achso, das habe ich ins Leuchtfeuer getan. Achso, okay. Damit das brennt. Und wenn du unser Haus schützt. Ja, brauchen wir jetzt nicht so was hier. Ein bisschen rausnehmen. Äh, Holzplatte. Hä? Ich habe doch gerade... Achso, ich habe es ins Lager gelegt. Okay. So. Holzplatte. Mal. 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 Ja, holen auf jeden Fall ein bisschen Holz, ne? Hm. Mal. So. Jetzt. Dickes Seil. Fünf Stück. Warten wir da. Ob wir nicht, was ist hier rumliegen. Ne, das war Stroh. Machen wir das vielleicht hier. Ne, Weinreben. Ne, sieht nicht so aus. Okay. Hä? Was passiert? Oh, lol. Das Haus ist ganz kurz despawned einfach. Ich dachte, es ist alles kaputt gegangen. Scheiße. Äh. So. Nochmal. Dickes Seil. So. Okay. Webmaschine haben wir gleich. Nice. Wo machen wir die hin? Ich würde sagen, wir machen die, äh. Warte. Warte. So, hier können wir das Lederseil machen. Und das Lederseil, da brauchen wir... Warte, was? Ach so. Hast du das überhaupt schon gesehen? Du kannst, wenn du bei Gegenständen... Zum Beispiel bei Lederseil kannst du ja grobes Leder, Leder, edles Leder und Premium Leder. Ja. Also, aus diesen Sachen das machen. Und da kannst du eins davon auswählen, wenn du das andere nicht benutzen willst. Okay. Zum Beispiel. Ein Seil, das das verarbeiten ein bisschen halten, hergestellt wird. Ah ja, okay. Also, grobes Leder haben wir ja hergestellt. So. Und die Werkbank... Da brauche ich fünf grobes Leder und fünf Lederseile. Und Lederseile brauche ich zehn, glaube ich, oder so. Oh, scheiße, schon halb drei, Alter. Ja. Läuft bei uns. Oh, das ist ein Spieler. Wie findest du es bis jetzt? Gut. Ja. Ich halte das so ein Standard auch vor Spiel. Ja. Aber laut Dima natürlich ein bisschen hässlich, das Ding. Ja, ist schon ganz schön hässlich, ne? Schon, ja. Wie lange geht das denn mit dieser Moral? Dauert ein bisschen. Okay, das geht ziemlich schnell. Egal. Wie gehörst du denn? 74. Also. So. Jetzt haben wir... Genau, Lederseil haben wir jetzt. Äh... Werkbank. Hartholzplatte, fünf Stück. Hatten wir nicht noch welche rumliegen? Ich glaube, wir hatten noch welche. Irgendwo. Ah ja, hier. Stimmt. So. Werkbank. Bam. Hergestellt. Kannst du jetzt upgraden? Ja, ich hab... Warte, ich muss die ja dann noch hinstellen und alles. So. Schöner, Junge. So. Wo ist die sieben? Wir brauchen ein größeres Haus. Michi, komm ran. Ja. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Ja, definitiv. 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 Denitiv. Denitiv. Kommt von Exhause. So. Hier können wir nämlich diese Bäschenknochen spitz... Also wir können jetzt bessere Spitzhacken machen. Ja, wieso passt das auch hier? Ja, nein. Bisher ja, aber bald nicht mehr. Messer. So. Okay, jetzt. Was brauchen wir für eine Holzwand? Holzwand. Bauwerkstatt. Bauwerk... Ah, das ist was anderes. Das ist nicht normale. Bauwerkstatt. Werkstattteil 1. Premium-Leder und 5 Hartholzgriffe. Oh Gott. Um was zu bauen. Um diese Bauwerkstatt zu bauen. Für die Holzwand. Also das war nicht die gleiche Werkstatt, die wir brauchen. Wir brauchen Premium-Leder. Hartholzgriffe können wir, glaube ich, schon herstellen. Aber wir brauchen noch Bronze- und Eisenbahnen. Das, äh, ja. Haben wir noch gar nicht. Das dauert noch ein bisschen. Ja, genau. Hartholzgriffe können wir schon machen. Aber Hauptsache wir haben jetzt das Ding hier und dann können wir Bestienknochen, habe ich ein bisschen gesammelt. Nicht viele. Obwohl, wir haben hier noch welche. Äh, hier hatten wir keine, ne? No. Ne. Ah ja, Premium-Hartholz. Okay. Ja, und dann können wir uns die ganze Spitzhacke und den ganzen anderen Mist dann machen. Beim nächsten Mal, würde ich sagen.